Ein klassisches Gewicht. Der Taucher. Wer mag das? Nappersmann oder Ritz? Zur Schlunde, wie dies taucht. Einen gültigen Becher habe ich mit. Den darf ich jetzt in das Meeres rauch. Wer ihn bebringt, ihr Mannen und Namen, der soll meine Tochter zum Weiber haben. Der Becher flog. Der Strudel zog. Hinnenab ins gräuliche Tief. Die Männer schauten, weil sie nicht trauten, weg. Und abermals der König lief. Wer mag das? Nippersmann oder Ritz? So schlauchte diesen Hund. Wer es mag, ich erkläre, sein Heides statt, darf küssen, mein Töchterleins Mund. Darf Heidraten sich meine Länder verwalten und den Becher den darf auch noch behalten. Da schlicht die Mannen und starben. Und dann. Bald waren sie alle verschwunden. Die wussten, wer ist nicht? Die Tochter war hässlich. Der Becher ist heute noch gut. Habt ihr? Der Becher ist heute noch gut.